Die Frequentis AG mit Hauptsitz in Wien ist der Marktführer für Kommunikations- und Sprachvermittlungssysteme in Leitstellen. Sei es bei der Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten, aber auch in Sicherheitsleitstellen der Industrie. Das Kommunikationssystem Asgard ist modular aufgebaut und erfüllt die hohen Sicherheitsanforderungen einer Notrufleitstelle. Die Integration zahlreicher Funktionen und Schnittstellen wird aufgrund der umfangreichen Anforderungen der Kunden durch modernste Technik gewährleistet. Neben über 60 anderen Leitstellen in Deutschland nutzen auch die Feuerwehr in Reutlingen und die Berufsfeuerwehr in Krefeld Technik der Frequentis aus Überzeugung. Für uns war es ganz wichtig ein System zu installieren, bei dem die Schnittstelle Mensch-Maschine sehr gut gelöst ist. Frequentis hat hier mit seinem System überzeugt. Der alte Standort mit 108 Jahren, eine der dienstältesten Feuerwachen in Deutschland, war in die Jahre gekommen. Es gab bei der verwendeten Leitstellentechnik keine Ersatzteile mehr. Wir hatten Probleme, den Betrieb laufend zu halten und am Ende des Tages haben uns einfach die Innovation gefehlt, die Bestandstechnik zu ertüchtigen, um den Anforderungen einer heutigen Feuerwehr gerecht zu werden. Asgard zeichnet sich durch eine hohe Modularität und Konfigurierbarkeit aus, ist vielseitig einsetzbar und trägt dazu bei, komplexe Anforderungen der Kunden abzubilden. Insbesondere die Zuverlässigkeit macht aus Asgard einen Garant für Leitstellen in ganz Europa. Asgard ist ein sehr flexibles Kommunikationsmanagementsystem, bei dem die Anforderungen unserer Disponenten, also der Nutzer, sehr gut, sehr flexibel abgebildet werden konnten, wo wir auch in der Lage waren, die persönlichen Anforderungen uns einstellen zu lassen und auch für die Zukunft haben wir viele Möglichkeiten in den Asgard zu integrieren. Das besondere und für uns wichtigste Feature ist die Abbildung und Einbindung aller Subsysteme und Hauptsysteme einer modernen Feuerwache. Die Philosophie der Frequentis Gruppe basiert auf Kundenzufriedenheit. Frequentis unterstützt seine Kunden ab der ersten Beratung, beim Aufbau und der Inbetriebnahme ihrer Systeme sowie beim langfristigen Support der durch die Frequentis gelieferten Technik. So sehen das auch die Kunden. Wir sind mit der Abwicklung, auch der Wartung und der Störungen sehr, sehr zufrieden. Hier hat es Frequentis einfach geschafft, den Anforderungen und den Notwendigkeiten einer modernen Feuerwehr hier in Krefeld gerecht zu werden. Frequentis. When seconds count. Saving lives together.